Aber ist schon komisch, man hört euch in TS und den Stream verzögert sich schon 30 Sekunden. Ich glaube alle 99 Zuschauer sind da. Ja genau, 99 sind. Hoi, wir haben zwei 13,90 und einen Bohr-Sick. P-Z-K-A-H Wie haben die denn bitte? So, ähm. Wir machen was. Wir haben keine Ahnung. Ein Tier-Einser chillt sich hier bitte hin, der Indien-Panzer stellt sich hier hin. Ähm, in dieses Skischaden bleibt Death und wir fahren, erstmal alle Heavys fahren hier lang und ein Tier-Einser bitte. Der andere Tier-Einser bitte hier hin. Pushen dann durch die Stadt. Hoffen wir mal, dass wir die Heavys eventuell zu zweit nur treffen, wenn die dann weg sind. Und... Jetzt ist schon älter aus. Was? Äh... So, wenn sie jetzt wissen, wo wir sind, dann... Wissen... Ja... Sind wir am Arsch. Und das ist das... Das ist der Grund, deswegen ich nicht... Einzähle. Okay, fangen wir weiter. Die beiden IS-3er könnt ihr bereits reinfahren. Okay. Wir müssen mal die 30 Sekunden Verzögerung ausletzen. Ja, schnell, schnell agieren. Der Tier-Einser links kann, kann rüberfahren, ich bin offen. Von der Mitte aus, IS-6, komm ran. Genau, der Tier-Einser bitte rüberfahren. IS-3, warte, 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 nicht, nicht rüberfahren, wir wurden grad schon gespottet und... Jetzt bin ich auch auf. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay, gucken wir mal. Aber ich denke, ich bin nicht mehr offen. Ah, nein, nein, ich sterben. Ich... War auch wirklich. IS-3 hat geschossen. IS-3 hat geschossen von denen. Okay. Der Wursik hat ordentlich einen reingeschnallt. In ihrem Panzer... Ah, ne, die waren nicht offen, okay. Bei uns haben die der Teil alle mit der Kleinen dahin gefahren und jetzt packen alle die Hände 15 cm drauf. Komm hier, 6. Jetzt leh mal zu, dass wir den da... ...damageen. Scheiße aufm T1. Ich bin offen. Egal. Ich bin offen. Ah, shit. Ich bin offen. Ich bin offen. Ich bin offen. Da steht noch einiges. Ich kann schon mal hierhin fahren. Der Indien-Panzer verlegt sich auf die Position des T1. Oh man, immer der Killshot. Oh man, immer der Killshot. Ich bin offen. Ich bin offen. Hubby Columbias fahren. Rein, rein, rein. Nee, naja. Ok, war zu spät. So warte mal, genau, mach mal ein bisschen Druck oder tu mal so, als würdest du Druck machen. Okay, perfekt. Dann kann ich mich hier rumfahren. Okay, IS-3 in der Mitte. Guckt nochmal raus in die... Also in die... Tatsächlich in die Mitte. In die richtige Mitte. Ich kann keinen mehr vom Rheinmetall kassieren. Ja, wir können alle keinen mehr vom Rheinmetall kassieren. IS-3, du hast hier nichts gesehen, oder? Du hast hier nichts gespottet. Ich wurde gespottet. Okay, T1, bitte vor... Ich wollte immer vorm Indienpanzer bleiben. Der einzige, der sich noch ne Schelle vorm BorsiG fangen kann, ist der Indienpanzer. Ich guck mal hier hinten links nach. Das war da irgendwie... Der Leben. Der muss der Leichtrad vorstehen. Indienpanzer, genau. Versuch den T1. Oder was ist das? Ja, das ist der Rheinmetall, der da hinten steht. Ah, okay. Ja, er hat geschossen und abgeprallt. Genau, T1 geht safe. Indienpanzer erwartet, bis ihr wieder abgetaucht seid. Der eine 1390 ist ein Wattfahrt oder so, ne? Mhm. Da kommt der andere. Fuck it. Rheinmetall ist da hinten, schießt mit HE. IS-3 fährt hier rein. Der Rheinmetall ist hier in den Panzer vorn in die City. Spot nochmal hier. Hier ist 6, ich brauche einen Schuss von dir. Ich der Metall E. Ach so, das ist ein 2, das hat man daran erkannt, dass der Rammschaden bekommen hat. Okay, hier ist 6, fahr... Ja, zurück. Gehen die in die Straße da zurück. Ah, pass auf, dass du dich da nicht so sehr zeigst. Genau, jetzt einfach nach links. Oder genau, warte da. Dann... Ja, nice. Warte, bleib stehen, bleib stehen, nicht zu weit rausfahren. Genau, T1 fährt jetzt vor. Seht zu, dass er den Rheinmetall spottet und dann IS-3 drauf und in den Panzer ebenfalls. In den Panzer, du kannst weiter drauf fahren. Du kannst dir einen, einen, äh, gefallen lassen. Ja, IS-6, du kannst drauf fahren, der Rheinmetall scheint da nicht mal, immer dort zu sein. IS-3, von der Mitte fährt, kann auch schon mitfahren. T1, bitte hier rein. Oder von dort gucken. Ja, genau. Lass mich den Rheinmetall kippen. Meins, 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 ins. Was? Wo, wo mein Rufnir hier hin? Wo? In den Boden, richtig schön. Der T1 kann aber schon mal cappen gehen, wenn er will. Oder sich den Rhein-Tal holen. Nein, nein, bei dich, bei dich. Leder. Pass auf, dass er sie nicht ab... Ja, lass den, lass den T1, solange der nicht auf den T1 zielt und der echt schießt. Ja, er hat... Ja, sehr schön. Nein! Schuss! Leer! Wie lange, wie lange musst du nachhaben? Da ist die Trollgun drauf. Ja, das passt schon. Noch. Nicht ran! Ramm! 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 Ja, nice. Mein Taktisch ist ein Genit. Deswegen fahr ich gerne mit vier Heavys, da kann man einfach tendenziell so viele teams einfach locker wegpushen. Wenn sie irgendwo in Unterzahl sind, macht man den weg. naja ich denke ich werde das jetzt hier erstmal auflösen und noch mal ein paar randoms fahren ich denke so in zwei stunden oder so würde ich das ganze nochmal auf jeden fall machen bedanke mich auf jeden fall fürs mitfahren lief echt ziemlich gut jetzt gar nicht wie viel haben wir verloren zwei wenige zwei zwei oder drei 18 auf 4 wenn ich mich jetzt nicht irre nein jetzt doch wohl die team hier scheint doch unbedingt auf die weh in acht zu gehen nee also meinen statistik angezeigt mein rechner recht ist also an wenn wir nicht also er zeigt mir die weh in acht des gefechts an aber wir haben zwei verloren 1 2 3 4 5 6 7 gewonnen also wir haben drei verloren drei also ich habe vier verloren also ich weiß nicht war eins das ist ja ein bisschen später gekommen ach irgendwas wird schon stimmen aber halleluja das war funny ja das geht aber soweit wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe vier von zwölf verloren das ist auf jeden fall mitterschnitt ja wie gesagt danke für das machen und vielleicht sehen wir uns dann auch nachher verstanden ciao Sollte Musik